Warum ist das Langschwert dem Katana weit überlegen? Erstens, die Doppelschneide des Schwertes verleiht dem Angriff mehr Vielseitigkeit. Zweitens, das Schwert hat eine viel bessere Präzision, was es sehr nützlich gegen Kettenhemden und Plattenrüstungen macht, da es leichter ist, auf die Schnittpunkte zu zielen. Drittens, das Langschwert hat in der Regel eine größere Reichweite. Wenn es um Katanas geht, wird die Schärfe oft als Stärke dieses Schwertes dargestellt, außer dass du auch jedes europäische Schwert so schärfen könntest, das genauso scharf ist wie das Katana. Dieses Argument ist also ungültig. So sind westliche Schwerter viel stärker, ausgewogener und ermöglichen verschiedene Schwerttechniken. Finde auch du dein Schwertreplik auf legendäresschwert.com